Moin Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute kommt der Gewinner. Unseres ultimativen PC-Gewinn spielt zu uns, um seinen neuen PC abzuholen. Ich bin schon sehr gespannt auf seine Reaktion. Wir sind jetzt schon voll im Eingangsbereich und unser Gewinner ist gerade angekommen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir ihm seinen Traum-PC überreichen. So, jetzt nochmal richtig herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen PC und danke nochmal an unsere Kooperationspartner Crucial und BeQuiet, die dieses Gewinnspiel als möglich gemacht haben. Wir haben nochmal einen kleinen Goodie-Back für dich vorbereitet. Dankeschön. Danke an alle, die mitgemacht haben und leider diesmal nicht gewonnen haben. Von Memory PC, viel viel Spaß mit diesem PC. Dankeschön. 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 Dankeschön.